11 leute und herzlich willkommen zurück bei the video 2 diesmal mit funktionierenden mikro und zwar ist das schon der zweite versuch denn hier ist wieder mal irgendwo ein weg verpackt ich glaube diese richtung da schließt sich das spiel das heißt sind unbedingt da lang unbedingt hier lang spiel hasst uns wir versuchen es jetzt mal ohne dass das spiel crasht da gehen wir nicht lang da sind wir gerade gestorben und wieder irgendwelche fieber oh gott sind es viele alter also ja ich würde halt gern da lang gehen aber da geht das spiel aus jetzt habe ich mich selber umgebracht was scheiß falle so kurz heilen lassen nein 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 hallo die kommen ja immer wieder wir können ja einfach mal versuchen durchzurennen klappt zwar meistens nicht aber hier kommen jetzt nicht diese füchern machen mich halt auch nackig boah jetzt sind das viele ja wir haben es gleich geschafft ich frage mich wie ich die alle tot bekommen soll wie haben die sich das denn vorgestellt so wie viele fische hier sind das spiel kann jetzt nicht gespeichert werden jetzt alles klar gut dann müssen wir es halt so versuchen wir könnten nicht alles killen weil kommen wir nicht weiter so wir brauchen dieses elixier und brauchen dafür schatten ein wort in der hoffnung dass das hier drin wächst ja er kann komplett ausweichen ja ich hasse es alter müssen das immer 15 mann sein hier na gut na gut kann ja nie immer wegrennen wir müssen ja mal fighten höle wird es halt schwierig wegzurennen vorher folgen mich ich habe schon wieder vergessen wie man es gilt weil ich schon wieder so lange nicht gespielt habe warum kann ich das nicht auswählen ja im letzten part habe ich hier schon gefragt warum ich anderen schemas nehmen kann gerade im schwertkampf das ärgert mich ein bisschen gerade das zeug brauche ich ja so das ging ja die das war doch die richtige 3 minuten altes öl na gut versuchen wir mal Glück das was bringt es ist schon wieder ein anderer da das verstehe ich halt auch nicht so oh die können auch nur ausweichen die fischer so perfekt ja er macht mich direkt wie der wohnheit alter ich hasse diese fischer so und sich bei zaubern das wäre geil so so was dann leckt mich doch da renne ich jetzt hier durch kann nicht sein so jetzt sind es wieder andere fischer oh hallo ich stehe vor dir ja ja oh eh ja wo will der denn hin ausweichen wenn er vor mir steht bitte wohin wohin gegen die wand oder was lächerlich hier kommen auch 100 millionen neue läuft bei mir so ja wie viele kommt denn da noch bitte alter wollt ihr mich verarschen ja ok jetzt bin ich gefickt alter geht doch mal weg alter du dreckvieh jo ja all das soll mir jetzt mal jemand erklären wie das gehen soll es sind ja locker 20 solche fischer und wenn ich in kill kommt ein neuer aus dem boden wollt ihr mich verarschen wie soll das gehen wie soll das gehen das ist mir jetzt gerade ein echt krankes rätsel ich kann es halt nicht verstehen er steht an der wand und macht eine Rolle nach hinten aber ich treffe ihn nicht das ist so dumm prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht Heilen mich halt Das gleiche haben wir gemacht So, ja es gibt mir so ein elektrisches Schild Der Art Dass die Angreifer schaden bekommen Klingt aber nix wenn die mir zwei Hits geben und ich bin tot Sag ich mal so Achso, das wars Für einen Angriff Hier, die kommt immer wieder neu Also entweder ist das Spiel gerade verpackt oder es ist Es sind halt einfach nur 100 Millionen Viecher Ja und er gibt mir wieder einen Also wenn irgendjemand einen Tipp für mich hat Bitte lass es mich wissen Das ist mir echt Warten und Ding Wie das gehen soll Wie soll das funktionieren? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Ich bin überfragt Keine Ahnung wie das gehen soll Das Problem ist ja, dass sie immer wieder kommen Aber ich muss ja zurück mal auszuweichen oder so So, und er gibt mir gleich wieder einen Shot fürs halbe Leben So, ihr habt Wissen angeeignet, ja Okay, gut, was bringt mir das? Nichts So, weiter Hey Nein Wo kommen denn die alle her? Okay, also Feuer funktioniert top Gut, dann werden wir es auch weiter mit Feuer versuchen Jetzt haben wir uns nochmal so einen Öltrank drauf Vielleicht Das ist ja was Zwar Ja, zwang Ja, zwang Vielleicht Vielleicht Das ist ja was Zwar Das ist ja was Ansonsten müssen wir uns beim nächsten Board Andere Gedanken machen Oder vielleicht halt jemanden Äh, guten Tipp für mich Der macht halt 100 Luftschläge Ja, guckt euch das an, Alter Dieser, dieser Shot Ein Hit Und ich bin weg Okay, also Schleifstein Netzt auch nichts Bitte Bitte schreibt mir mal in die Kommentare Irgendeinen Tipp, den ich vielleicht tun könnte Der mich durch diese Höhle bringt Denn diese Höhle ist Die Höhle, glaube ich Danke fürs Zuschauen Dennoch Wir haben es wenigstens in die Höhle geschafft Auch wenn wir einfach weiter dran sind Ähm Ja, ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Park Und danke fürs Zuschauen Ciao Ciao